Herzlich Willkommen bei Pokemon Crystal Edition mit Sam Kamikaze, meine Menschkeit, Erzieher, Pokemon Trainer. So, ich hab mal ein bisschen, wie ihr gerade seht, es ist dunkel, ich hab ein bisschen vortrainiert und ein neues Pokemon in mein Team genommen. Das Pokemon ist ein Magnetilo. Nach intensiven Recherchen im Internet habe ich mich für ein Magnetilo entschieden. Ich hatte noch andere Pokemon im Blickfeld, aber ich bin jetzt beim Magnetilo hängen geblieben. So, mein Ei, was ich hatte, ist natürlich in der Zwischenzeit ausgeschlüpft. Drinnen war ein Godzilla, wo ich gedacht hab, so, ja, ist schön geil, würde ich nehmen. Ist akzeptabel, ja. Aber da hab ich überlegt, so, hm, Psycho-Eis. Hm, ich hab schon ein Fleck, Mann, das ist Psycho-Wasser. Genau, das ist auch nicht gut. Deswegen hab ich mich dann gegen Kosella entschieden und jetzt einfach ein Magnetilo gefangen und trainiert. Natürlich mein Level 5 auf, also ich hab ein Ei gemacht, produziert. Und ja, hat sehr lange gedauert, viel zu lange nach meiner Meinung. Aber okay, warum nicht, warum nicht, ich mach's doch gerne. So, jetzt gehen wir in die vierte, warte mal kurz. Erstes Flut, jetzt wird das Geber, die drittes. Ja, wir gehen in die vierte Arena gerade. Ich werde wahrscheinlich nur mein Goldbad nehmen. Weil, bitteschön. Der rasiert, der rasiert alles. Zum Glück hat das Ding Biss. Das rasiert. Ganz einfach. Ich mach jetzt jeden Gegner nur mit Goldbad. Und wenn ich Glück hab, kommt, wenn ich fertig bin mit dieser Arena, kommt, hab ich ein X-Bad. Und das wäre mein Traum. Ein X-Bad. Das ist ja sehr, sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn es in diesem Part passieren würde. Oder am nächsten. Ja. So, dann hab ich mir überlegt, natürlich, welches Punkt nimmt das Sextes mit. Und ja. Ich kann's leider auch noch nicht fangen. Dazu muss ich diesen Arena... Muss ich noch ein paar Arena leider fertig machen. Aber ich freu mich schon drauf. Das wird toll. Ja, Nebulaki ist klar. In dem Part werden wir wahrscheinlich nur die Arena schaffen. Weil hier sind, glaub ich, noch drei weitere Kämpfe. Bloß Arena leider. Das wird hart. Das wird sehr hart. Aber ich hab ja mein Goldbad. Schafft er schon, schafft er schon. So, warte mal. Weiter geht's. So, genau. Noch drei vor mir. Verwirrt ich. Blablablabla. Ich brauch kein Tipp. Ich kenn die Arena in oder aus. Ach ja, und den... Wo ich offline... Also, so trainiert hab. Hab ich ein paar Kämpfe gemacht. Und ja. Ich war das nicht so die Rede wert. Mein Magnetier ist erst gleich 20. Aber der ist schon ordentlich dabei. Ordentlich, sag ich euch. Sehr viel tief. Schön, schön, schreck zurück. Und wunder, hübsch. So mag ich das. So mag ich das. Und ja. Yes, Level 24. Bald lernst du Flügel schlag, oder? Mein klinges Goldbad? Lernst du bald Flügel schlag? Ja, der Schild ist. Das würde mir ungemein für den nächsten Arena Leiter, würde mir das sehr helfen. Da kann ich eigentlich wieder nur mein Goldbad nehmen, oder nein? Ich muss es abwechselnd reinbringen, ich muss es abwechselnd reinbringen. Der nächste wird Kampf. Ja. Ich werde wahrscheinlich wieder offline trainieren, im Wasser, wo die ganzen Wasser-Pogma sind, und werde dann mein... Ah, warte mal, ich hab doch Psycho, warte mal, ich hab doch Fleckmann. Uh, das wird geil. Wenn das weiter so geht, schaffe ich doch noch mehr an dem Part. Ich mache ja alle fertig hintereinander weg. Ich glaube, das wird beim Arena leider nicht so gelingen. Da hat Nebulak, zwei Apollos und einen Gengar. Und obwohl mein Goldbad schon Level 25 ist gleich, ich glaube, das wird schwer. Das wird sehr schwer. Du Arschloch. Noch eins? Ne, gut. So, den erinnern, also den anderen mache ich jetzt noch fertig. Oh, ich bin, ey. Ich war rushy durch, ey. Ich bin gerade mal drei Minuten oder so beim Aufnehmen. Alter, was geht? Ich hab die anderen Pokens natürlich nicht trainiert. Wann man doch, wann man... Ich glaube, ein Level? Wann man? Fleckmann hab ich trainiert. Ja, um zwei Level. Wann Level 20 und das Level 22. Da hatte ich Angst, dass ich zu flamen muss, war der Wickel, offline. Ich will natürlich, dass ihr seht, wie ich meine Pokémon zu entwickeln. Ist ja ganz klar. Ist doch ein Highlight des Spiels. Besonders wenn ich das spiele und ich würde es gemein finden, wenn ich euch das vorunterhalte. Ist ja ganz klar. Dann war ich noch im Shop und hab mir einen Feuerschlag geholt und ein paar Kopfnisse. Und ja. Komm schreck zurück. Kroll. Du kleine... Ich glaubst du mir jetzt die AP von Biss? So ein kleiner Böse. Mensch. Mensch. Was hast du gehört? Biss. So. So. Das nächste ist natürlich ein Nebulak. Entwickel dich doch bitte. Mein kleines süßes Goldbad. Entwickel dich. Tu es für Daddy. Tu es für mich. Du willst doch mich stolz machen, oder? Dann tu dich weiter und wickel zu deinem X-Bad. Zu einem stolzen, großen X-Bad. Das wär schön. Das wär geil. Ich hab verloren. Ja, hast du. Frau. Oma. Zack. So. Dunkel. Ich werd' wahrscheinlich noch einen Shop geben mit dem Vosoba-Tranks-Kurve. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ähm. Ich werd' wahrscheinlich nicht im Kampf tauschen müssen. So. Gib mir ein paar Supertranks. So. Boah. Das verzeihe ich nicht. Das Münster mal nicht finde. Ich hab' so wenig Geld. Oh. 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 Naja. Oh. 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 Wie hier sneaky durchläuft. Na. Kleiner Jens. Was geht? Ju. Genau. Und ich hab' mein Käfer-Tournier mitgenommen. Äh. Mitgemacht. Ja gut. Mitgenommen hab' ich so rund. Ich wurde eigentlich schon Sonnstein. Na. Ich hab' leider nur einen zweiten Platz belegt. Ich hab' mir ewig stein gekriegt. Rotz. Naja. Ich wollte nur einen Sonnflora. Eine schöne lächelnde Blume. Yeah. Aber das hab' ich ja dann bei Migania. Hehe. So mein Freund. Hä? Was geht? Rein theoretisch müsste mein Goldbart schnaller sein als alle seine Pokémons. Rein theoretisch. Wie die Praxis aussieht. Werden wir jetzt sehen. Uh. Level 20. Mal mal. Das Gengar ist doch Level 25 oder? Sehst du Level 25 Gengar? Hä? Hä? Uh. Eiskalt rasiert. Rasiert. So. Was kommt denn jetzt mein Freund her? Apollo. Ach. Bitte dich. Apollo. Hallo. Eine Ehenswansch. Ist die wirklich alle so schwach? Oder bin ich einfach nur zu stark? Hm. Ähm. Eenswansch Anna. Bitte. Tod. Äh. Nicht Tod Kinder. Besiegt. Das Pokémon ist besiegt. Es lebt noch. Es muss sich bloß ausruhen. Es ist besiegt. Das ist alles. Ähm. So. Das Gengar. Das ist ein Arschloch. Ah. Du tanzt den Jive. Ich merk schon. Ich merk schon. Okay. Dieses Gengar darf anfangen. Was ich sehr beschissen finde. Alter Scheiße. Äh. Okay. Warte mal. Das andere bleibt mir ja nie übrig. Mann. Bis. Komm. Triff dich selber. Triff dich selber. Triff dich selber. Yes. Wow. Das Zögeln ist noch ein bisschen teuer. Oh. Das sieht ebenfalls so. Das ist gut. Komm Baby. Komm Baby. Noch immer. Noch immer. Hypnose. Yes. Och. Goldball. Du bist einfach nur. Ey. Du bist einfach nur mega geil. Ohne Witz. Goldball. Die One-Main-Show. Mega geil. Ohne Witz. Ohne Witz. Das ist dumme. Ich trau mich mal Goldball. Den wir mal trainieren. Es ist zu hoch. Acht Minuten für die Arena. Rasiert. Komm Schreck zurück. Horrorblick. Jetzt wenn ich noch immer unten tauschen würde. Mw. 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 so level 30 wirklich mal magnitilo war schon voll verpeilt bei den anderen zu gucken bei flecken will ich mir nicht ganz sicher übrigens mit das war ein schwanz bei magnitilo hat sich davor essen ist der vorteil wenn man dieses teil nicht spielt das ist stadt stern schauer drehplatte lernt so den job muss ich machen so gehen wir zur nächsten stadt denn bei manchen pokémon bei manchen pokémon lernen die auf der also wahrscheinlich üblich sind eigentlich für die manche moment die auf die kristallinnen bessere attacken wie auf der gold oder silberne finde ich übelst gemein ich habe früher nur die gold oder silberne gespielt musste ja und jetzt letztlich diese alten kinderzeile naja die sache mit morgen hat erledigt streng ist doch nicht das dumme ist ich würde schon gern trainieren und muss morgen haben aber das dumme ist die attacken die ich dazu brauche dass es stark wird die kriege ich nicht oder nicht so einfach wäre das wäre zum beispiel donner hyperstrahl feuersturm und blizzard und die stärkste attacken islante schlampe hat das ist gerade mal ich glaube eine 6 oder 8 schau attacke und bevor ich mich hier rum quäle besonders gegen stadt pokémon hat das wirklich eine null eine chance und ich möchte mich nicht rumquälen ich müsste es locker flog ist schwer aber auch gerecht durchspielen ich habe auch schon überlegt mal die zu trainieren das ist nur die kehrt das erste pokémon was mittel was ich lebe 100 trainiert habe diese erinnerungen die sind unbezahlbar auf der pokémon stadium existiert es sogar noch es hat nur normale attacken aber ich finde es trotzdem geil nach diesen pokémon let's play wird es natürlich ein neues geben sein klar und ich kann es jetzt schon eigentlich kannst du eigentlich verraten es war deine nass lockt challenge keine rente sondern nur den was nass lockt challenge rm den eisern an das wird natürlich auch geben das wird aber eine mega wenn du nass lockt und ich freue mich auf beide projekte aber alles nach und nach psycho warte mal ich mach mal einen donnerschock meditation das ist nicht gut das ist nicht gut ich glaube ich muss eine urtraschall nehmen ich probier mal einen urtraschall alter weh das zockt viel oh du kleiner böser mensch magnetilo ein bisschen fackt mich das gerade ab aber ein bisschen oh bandy muss du kleiner gnome du siehst ja auch so aus wie in erinnern und fleckmann du kannst ja nur konfession sind du flexib ob ich jetzt mal hey nicht effektiv oh zockt trotzdem ordentlich die sau surfer wegen dieser blöden meditation und jaja patsch das war gar nicht mal schlecht ich bin beeindruckt diese flinklau ist echt gut muss ich zugestehen diese die ist echt gut der 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 jaja level 21 versucht donnerwelle zu erlangen oh das ist eine gute attacke warte mal was lächst du da super schall super schall ist rotz braucht keiner super schall aber donnerwelle ist eine gute attacke die behalte ich mal jetzt kann ich sogar mit magnitide sogar mit der taktisch spielen so zum klick habe ich noch schon gemacht wo ich getrainiert habe oh was hä 15 drangs warte mal habe ich jetzt mir keine super warte mal wo habe ich die ganzen drangs her ich habe die donna alle gefunden bitte das geht doch gar nicht oder habe ich mir die geguckt oh nein oder jetzt tut es mir dämmern oh ich bin eine hohe bürne hmmm hmmm das habe ich natürlich offline gemacht aber irgendwie naja es haben wir halt zu viele so kein problem so kein problem hallo na motiv wie es geht ein kuchen habe ich eine tolle puppe gesehen eine puppe geil oh du machst ein fleckmann das ziel für diesen wart war in die stadt du hast zwei fleckmanns gutes tränen für mein magnitide schluck für die nächste arena muss ich ein bisschen hoch trainieren schluck schluck dir wird nicht so easy schluck schluck wenn ich meinen namen muss habe ich habe definitiv eine die wird dann erst wenn es soweit ist enthüllt pikachu je mag mit hilo scheiße sport urtreibene verfluchte axt das gute an ultraschall ist es wie drachenboot es trifft immer egal wie egal welcher gegner vorhin steht es zieht immer 20 gut dran wozu trauen wozu 40 aber naja was soll der geist ich nehme schon wieder zu lange auf mich schon aber das ist ja wieso der letzte kampf der anderen unten kann ich überspringen so da macht die restlichen kämpfe hier den der hier unten der hier an der seite ist der matrose der da so die kämpfe die ich dann zeigt werden dann wieder im haus kommen oben im leuchtturm es geht oh nein ich bin gar nicht vorbereitet besonders das dumme ist die hatten am vorostet oben auf den leuchtturm warum bitteschön nimmt die das am vorost nicht in einen arena kampf warum oder aber es ist doch viel stärker als diese komisch macht die kilos diese hat oder bist du der typ mit stärke bist du der typ mit stärker muckstuf jungen so offline werde ich meinen vm pokémon fangen ich werde natürlich nicht verraten was es ist so warte mal hier oben war die angel die ich brauch für meinen für meinen vm sklaven ja ich will fischen mega geil so jetzt gehen wir doch punkt muss aufladen und dann bin ich diesen part für heute jungs und mädels aber ich proben sein die pokémon ist die hier schwimmen also die trainer die hier war so schön zum trainieren und zum geld fahren ja jetzt sind die pokémon der fix so ist immer kurz raus hier stiegs luft besonders bei den fetten karte deswegen ist guck dir mal seine western ist grün wisst du bescheid grüner wackelpudding voll ist eigentlich ganz lecker aber gar nichts so warte mal wieder kann man denn überhaupt samstag scheiße denn wenn montag wäre den montag hier wäre hier eine 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 frau am wasser die blau ist das war die monika die wird man die die system hackattacke geben dann wird man flugattacken steiger werden was ich sehr begrüßen weil mein goldblatt wenn es endlich mal flügel schlug hat aber egal jetzt so so das war's für dieses mal für pokémon kristall edition mit sam kamikaze meine wäschigkeit als ihr pokémon trainer und live gott ja ihr wisst schon was ist für wen so also bis zum nächsten also beim nächsten port werden wir dann in den leuchtturm hochgehen alle gegner die dort sind fertig machen die arena dann anreden die ihr krankes armes verletztes amphorus gesund haben möchte und was dann passiert von der story her das verrate ich erst beim nächsten mal also einschalten wir vergessen und auf wiedersehen bis zum nächsten mal